Und wir hatten dazu heute Innenminister Nehammer in die ZIB2 eingeladen. Er wollte nicht kommen, aber ich begrüße in unserem Interviewstudio jetzt ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab, die auch als Kultusministerin für die Religionsgemeinschaften zuständig ist. Guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Frau Bundesministerin, es gibt im Strafgesetz schon jetzt ein Verbot von staatsfeindlichen Verbindungen und Bewegungen und von terroristischen Vereinigungen. Wozu braucht es jetzt noch ein zusätzliches Verbot für religiös motivierte extremistische Verbindungen? Also wir haben ja heute ein umfassendes Gesetzespaket gegen den Extremismus vorgestellt, von dem Justizbereich, also wie man mit Gefährdern umgeht über den Bereich der Polizei, dass die Polizei hier mehr Handhabe hat gegen auch Terroristen. Und zum Dritten eben auch, wie man gegen den Nährboden des Extremismus, gegen den politischen Islam, den Islamismus, überall dort, wo eine antiwestliche Ideologie verbreitet wird, die gegen unsere Grundwerte entspricht, ankämpfen können. Und wir haben uns in den letzten Wochen vielfach mit Juristinnen und Juristen aus den Expertenbereichen ausgetauscht. Und ja, wir haben ja Möglichkeiten schon gegen gewisse extremistische Ideologien vorzugehen. Aber wir haben konkret einen Tatbestand geschaffen, der sich auf religiös motivierten Extremismus bezieht. Aber meine Frage ist ja, warum religiös motivierter Extremismus? Für die Terroropfer vom 2. November spielt sehr wenig Rolle, ob der Attentäter jetzt religiös extrem oder politisch extrem war. Warum nicht ein Gesetz gegen alle extremistischen Verbindungen, sondern nur gegen die religiös extremistischen? Naja, weil religiös extremistische Verbindungen einfach in Österreich eine große Gefährdungslage darstellen. Und auf die sind wir eingegangen. Also wenn Sie den Verfassungsschutzbericht ansehen, dann sehen Sie, dass wir konkret vom Islamismus aktuell die größte Gefährdungssituation haben und die größte Gefahr ausgeht. Und auf das sind wir eingegangen. Und das ist ja nur positiv, wenn die Vollzugsbehörden und die Strafbehörden hier mehr Möglichkeiten bekommen, konkret auf religiös motivierten Extremismus eingehen. Und ich bin einfach froh, dass wir das auch genau definiert haben, dass wir auch in den Gesetzesmaterialien zu diesem Tatbestand den politischen Islam konkret definiert haben, auf dieses Phänomen auch eingehen, um eben auch die Basis zu schaffen, strafgesetzlich im Kampf gegen diese Ideologie. Das könnte möglicherweise noch ein Problem vor dem Verfassungsgericht zu werden. Der hat letzte Woche das Kopftuchverbot in den Volksschulen aufgehoben. Da stand das Wort Islam auch nicht im Gesetzestext, weil es dort nicht stehen darf. Der Staat muss neutral sein gegenüber allen Religionsgemeinschaften, aber in den Erläuterungen zum Gesetz. Also quasi im Beipackzettel stand der Islam mehrfach drin. Bei diesem Gesetz haben Sie es jetzt auch so gemacht. Der Islam steht nicht im Gesetzestext, aber er steht sehr ausführlich in den Erläuterungen. Warum glauben Sie, dass dieses Gesetz jetzt verfassungskonform ist? Kann man so nicht vergleichen, kann ich Ihnen als Juristin sagen, haben wir auch mit den Expertinnen und Experten besprochen. Schauen Sie, wir haben eine neutrale Formulierung gewählt, weil natürlich wollen wir, die Justizministerin und ich, dass wir eine verfassungskonforme Regelung schaffen. Daher haben wir uns auf religiös motivierten Extremismus bezogen. Aber, also das ist ja theoretische Debatte, denn was ist denn die Praxis? Vielen Dank, Frau Ministerin, weil der Verfassungsgerichtshof hat gerade letzte Woche ihr Gesetz zum Kopftuchverbot als verfassungswidrig aufgehoben. Da haben Sie es auch neutral formuliert, nämlich mit religiös geprägter Bekleidung. Trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, so geht das nicht. Da haben Ihre Experten auch geglaubt, es geht. Nein, dennoch hat sich der Verfassungsgerichtshof ja auch darüber sozusagen geurteilt, dass de facto auch andere Kopfbedeckungen anderer Religionen eben nicht verboten sind. Und das ist der Unterschied zum jetzigen Straftatbestand. Nämlich, grundsätzlich sind natürlich religiöse, motivierte, extremistische Verbindungen insgesamt verboten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass eine juristische Debatte, denn in der Praxis, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Wolfram, in der Praxis, kenne ich aus zehn Jahren Integrationserfahrung jetzt die Bedrohungssituation, die eben vom islamistischen Extremismus ausgeht. Daher ist das die zentrale Gefährdungslage. Und deshalb gehen wir auf diesen politischen Islam auch in den erläutenden Bemerkungen ein. Schlichtweg, weil er aktuell die größte Gefährdungssituation darstellt. Aus der Praxis gesehen hat das Innenministerium letzte Woche ein großes Waffenlager von Rechtsextremen ausgehoben, die, glaube ich, mit dem Islam nicht viel zu tun hatten. Jetzt sagen Kritiker, dieses Gesetz ist reine Symbolpolitik. Ich möchte Sie deswegen anders fragen, welches konkrete Problem löst dieses Gesetz gegen religiösen Extremismus, das mit den bestehenden Gesetzen nicht schon lösbar ist? Also ich verwehre mich hier wirklich gegen die Symbolopolitik, weil ich kann Ihnen sagen, wir haben auf so vielen unterschiedlichen Ebenen heute Maßnahmen getroffen. Aber ich möchte gerne bei diesem Gesetz bleiben, über das wir gerade geredet haben, dieses Gesetz gegen religiösen Extremismus. Beim Straftatbestand gebe ich Ihnen konkrete Beispiele. Wenn hier in Österreich jemand versucht, ein Scharia-Gericht einzurichten, wenn hier jemand versucht, hier in Form von Sittenwächtern, Scharia-Polizisten, hier Menschen unter Druck zu setzen, ja, dann kann man hier mit einzelnen Straftatbeständen auf die konkreten Personen abstellen. Das können wir jetzt auch schon. Aber uns geht es darum, dass wir eben auch die Organisationsstruktur dahinter verbieten. Aber das können Sie ja jetzt schon, das können Sie ja jetzt mit der staatsfeindlichen Verbindung schon. So einfach ist das nicht, denn wir brauchen natürlich das Ziel, das wir auch in dem Straftatbestand formuliert haben, nämlich, dass hier eine Verbindung vorliegt, die unsere staatliche Grundordnung, unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie ersetzen will, durch eine religiös begründete Staatsgrundordnung, also sprich die Scharia. Und das haben wir formuliert und also ich bin doch froh, wenn die Strafbehörden einfach vermehrt Möglichkeiten bekommen, hier gegen den Islamismus vorzugehen. Da kann doch keiner etwas dagegen haben nach einem verheerenden Terroranschlag, den wir am 2. November erlebt haben. Es gibt nur relativ viele Kritiker, die sagen, man braucht es gar nicht. Das bisherige Gesetz gibt es schon her. Aber jetzt apropos staatliche Neutralität bei Religionen, sie wollen auch ein Verzeichnis aller Imame einführen. Es gibt aber keine Verzeichnisse von Pfarrern, von Rabbinern oder von sonstigen Predigern. Wie passt das mit dem Neutralitätsgebot des Verfassungsgerichts zusammen? Also zum einen möchte ich immer betonen, dass es ja nicht darum geht, dass wir hier jetzt alle Moscheen oder Imame irgendwie unter Generalverdacht stellen, sondern wir wollen gemeinsam auch mit der islamischen Glaubensgemeinschaft Transparenz schaffen. Wir wollen, ich glaube, das ist ein legitimes Anliegen, wissen, welche Imame in welcher Moschee predigen. Warum nur bei Imamen? Wissen wir auch aus anderen Religionsgemeinschaften, für die ich auch zuständig bin und möchte noch auf Ihre Kritik eingehen, selbstverständlich gibt es auch in anderen Religionsgesetzen, die andere Religionsgemeinschaften betreffen, ähnliche Erfassungsgründe für Außenvertretungsbefugte, Amtsträger beispielsweise. Und jetzt stellen wir eben auch auf die Moscheen in Österreich ab. Und ich finde, das ist ein legitimes Interesse, weil wir haben einfach das Thema, dass Hassprediger aus dem Ausland nach Österreich kommen, hier Hass verbreiten und der Staat erfährt davon nicht. Wir wollen ja auch die Gläubigen schützen. Wir wollen doch, dass jeder, der in eine Moschee geht, weiß, wer dort predigt. Und die islamische Glaubensgemeinschaft hat ja hier schon Vorarbeit geleistet und dementsprechend werden wir darauf aufsetzen. Die islamische Glaubensgemeinschaft kritisiert, dass sie, obwohl sie das angekündigt hatten, nicht in die Verschärfung des Gesetzes eingebunden war. Warum eigentlich nicht? Das stimmt so schlichtweg nicht. Es hat zwei Gesprächsrunden gegeben mit der islamischen Glaubensgemeinschaft. Aber ja, also mit uns am Verhandlungstisch, mit dem Koalitionspartner und uns, da sind sie nicht gesessen. Die angekündigte Präventivhaft und die lebenslange Verwahrung für Gefährder, die der Bundeskanzler angekündigt hat, die aber viele Juristen und auch ihre Koalitionspartner ja sehr kritisch sehen, die sind in diesem Gesetzespaket von heute nicht enthalten. Kommen die noch? Ja, also wir haben heute einen großen Schritt gesetzt, ein umfassendes Maßnahmenpaket. Wirklich, also ich möchte es noch einmal betonen, so viele rechtliche und Gesetzesverbesserungen, die wir getroffen haben, die wir heute geschafft haben. Und ja, manche gesetzlich sehr komplexen Themen, wie der Maßnahmenvollzug, sind noch nicht finalisiert. Daran arbeiten wir noch. Und das werden wir im ersten Quartal, sehr früh im ersten Quartal, auch finalisieren. Wichtig ist uns, dass wir hier eben eine Handhabe haben, dass wir wissen, wie wir mit Gefährdern, die strafrechtlich verurteilt wurden, aus dem Gefängniskommen umgehen. Da haben wir heute schon einen großen Meilenstein gesetzt, nämlich die elektronische Überwachung, dass eben Personen, die aus dem Strafvollzug kommen, hier lückenlos überwacht werden können. Und der Maßnahmenverzug, an dem wird noch gearbeitet. Was manche durchaus überrascht hat, ist, Sie haben da heute vorgestellt, ein Verbot der Symbole der extrem rechten, identitären Bewegung. Aber auf welcher Basis eigentlich? Das ist zwar ein rassistischer Verein, aber der ist nicht verboten. Ja, wie Sie auch vorher erwähnt haben, also wir wollen einfach den Kampf gegen alle Formen von Extremismus und... Aber wer definiert, was Extremismus ist? Das wollte ich Ihnen gerade erklären, das Symbolegesetz. Das sagt, man kann Symbole verbieten, die sich gegen unsere demokratischen Werte richten, die hier unsere Grundeinstellungen unterwandern. Der Begriff ist sehr breit. Und wir haben nun eine Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes, auf Basis dessen nun die Identitären in dieses Symbolegesetz aufgenommen wurden, ist uns einfach wichtig, hier auch im Kampf gegen den Extremismus auf keinem Auge blind zu sein. Und wer bestimmt, welcher Verein oder welche Gruppe so extrem ist, dass sie ihre Symbole nicht herzeigen darf? Ja, das ist eben eine Zusammenschau der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, die hier ganz zentral sind. Und am Ende des Tages bestimmt das jetzt der Gesetzgeber. Wir haben uns hier natürlich umfassend mit Expertinnen und Experten beraten. Persönlich halte ich es einfach für den richtigen Schritt. Letzte Woche hat der Verfassungsgerichtshof, wie gesagt, das Kopftuchverbot in Volksschulen als verfassungswidrig aufgehoben. Sie haben das bedauert. Wird es da einen neuen Anlauf geben? Ja, ich bedauere das tatsächlich, also sowohl als Integrationsministerin als auch als Vorarläuferin. Für mich ist es unverständlich, dass ein sechsjähriges Mädchen in österreichischen Bildungseinrichtungen weiterhin ein Kopftuch tragen soll, streckstrich muss. Aber ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Der Verfassungsgerichtshof hat geurteilt. Und der Verfassungsgerichtshof hat sehr enge Schranken gesetzt, sehr enge Grenzen gesetzt. Das gesamte Verfassungsgerichtshoferkenntnis ist kurz vorhin erst veröffentlicht worden. Ich habe es noch nicht gesehen oder konkret durchgegangen. Aber meines Erachtens, nach dem, was vorliegt, sind die Schranken wirklich sehr eng. Und dementsprechend werden wir uns prioritär auf andere Möglichkeiten fokussieren, um eben den Schutz von Mädchen und die Stärkung von Mädchen, die Selbstbestimmung von Mädchen, die mir wichtig ist, auch weiter als Ziel voranzutreiben. Aber um es noch einmal zusammenzufassen für die Zuseherinnen und Zuseher, es wird kein neues gesetzliches Kopftuchverbot geben. Nach meiner Einschätzung jetzt sind die Schranken, die der VfGH vorgegeben hat, sehr eng. Primär jetzt andere Maßnahmen, die im Vordergrund stehen. Ein letzter Punkt noch. Sie sind ja Integrationsministerin. Jetzt hat die Stadt Wien heute die Bundesregierung neulich sehr, sehr hart kritisiert, dass die Regierung es nicht zulässt, Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Österreich zu holen. Das ist eine menschliche Schande, sagt der Wiener Bürgermeister. Jetzt hat die ÖVP ja immer gesagt, wir wollen dort vor Ort helfen. Das hat sich aber, wie sie nun zeigt, nicht funktioniert. Die Zustände auf Lesbos sind jetzt schlimmer, als sie im Frühling waren. Die Stadt Wien will noch immer 100 Kinder von dort aufnehmen. Ist es denkbar, dass die ÖVP ihre Haltung dazu ändert? Ja, schauen Sie, Herr Wolf, das lässt uns alle nicht kalt, wenn wir die Bilder aus Moria sehen. Sie werden heute von mir aber nichts anderes hören, wie von uns die letzten Wochen und Monate dazu. Wir setzen hier stark auf die humanitäre Hilfe. Und ich glaube, Österreich kann sich hier auch sehen lassen. Wir haben so viel investiert. Der Innenminister hat unmittelbar jetzt auch Hilfsgüter, Tonnen an Hilfsgütern direkt auf die Insel geschickt. Aber es hat doch nichts geholfen, Frau Minister. Aber die Kinder sitzen im Dreck dort und werden von Haken angeknabbert. Wir haben drei Millionen aus dem AKF auch zur Verfügung gestellt. Und eines möchte ich noch sagen, weil das kommt mir immer zu kurz. Man tut ja gerade so, wir haben Österreich hier auch im Land nichts leistet. Wir haben 5000 unbegleitete Minderjährige nur in diesem Jahr in Österreich aufgenommen über das Asylwesen. Und diese Minderjährigen, diese Verpflichtungen, die wir aus dem Asylwesen nachkommen, das gut umzusetzen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Also keine Kinder aus Lesbos? Dahingehend gibt es keine Änderung unsererseits. Frau Bundesministerin, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch.